Der Masthausch dient in erster Linie der Erhöhung der Sicherheit einer Freileitung. Stromtrassen gehören in Deutschland schon lange zum alltäglichen Landschaftsbild. Zahlreiche Freileitungen sind notwendig, um hierzulande die Energieversorgung zu garantieren. Diese Aufgabe wird für die Netzbetreiber zunehmend schwieriger, da sie auf verschiedene neue Herausforderungen reagieren müssen. Wir haben in den letzten 10, 12 Jahren in Deutschland extremere Witterungsbedingungen und haben dadurch in unserem Netz Störungen gehabt. Dazu muss man sagen, dass wir hier über bestehende Leitungen reden, die im Regelfall vor 1990 nach anderen technischen Regeln entstanden sind als die, die heute gelten. Und mit dem Masthausch erreichen wir, dass wir schwächere Maste gegen stärkere Maste austauschen und damit die Standsicherheit dieser Leitung deutlich verbessern. Für die bevorstehenden Arbeiten kommen nur qualifizierte Freileitungsmonteure zum Einsatz. Sie sind nicht nur schwindelfrei, sondern speziell ausgebildet für den Umgang mit Stahl und Elektrizität. Im ersten Schritt erfolgt die Demontage, denn die alten Masten haben ausgedient. Für den leichten Abtransport und für die Wiederverwertung des Baumaterials zerschneiden die Arbeiter die Stahlteile noch auf der Baustelle. Weil die Arbeiten ja in spannungslosen Zustand durchgeführt werden müssen, werden die Leitungen ausgeschaltet. Hat natürlich keinen Stromausfall zur Folge, weil wir ein vermaschtes Netz haben und die hier an der Stelle nicht übertragene Energie durch andere Leitungen übertragen wird. Danach beginnt dann die kurze, aber intensive Bauphase. Der Masthausch selbst. Die größte Herausforderung beim Masthausch ist die Vorbereitung, die Planung und das Einholen einer Genehmigung. Dazu ist eine Bearbeitungszeit von ca. 6 Monaten bis manchmal auch ein Jahr notwendig. Der reine Masthausch selbst findet dann statt. Die Fundamentarbeiten dauern dann ca. 4 Wochen und der Masthausch wird dann in 2 bis 5 Tagen durchgeführt. Auch wenn der Masthausch eher von kurzer Dauer ist, so ist er doch ein Eingriff in die Natur. Zum Masthausch gehört natürlich auch der Schutz der Umwelt und der Natur. Wir haben zum Beispiel immer eine ökologische Baubegleitung hier vor Ort und kontrollieren die Masthausch. Bevor wir beginnen mit den Arbeiten, immer nach Brutgeschehen von Vögeln, Ramstern, Reptilien und ähnliche Sachen, werden dementsprechende Schutzmaßnahmen auch eingeleitet oder auch die Baustelle gestoppt. Am letzten Tag der Arbeiten an der 380-KV-Anlage werden nur noch die Traversen und die Erdseilspitze verbaut. Die Isolatoren haben die Spezialisten bereits am Boden vormontiert. Das Ende der Arbeiten für die Freileitungsmonteure ist das Einhängen der Kabel in den neuen Mast. Die Nutzungsdauer eines neuen Freileitungsmasters beträgt zwischen 50 und 80 Jahren. Neben der regelmäßigen Wartung müssen die Netzbetreiber den Zustand ihrer Masten einmal im Jahr kontrollieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017